Der Mercedes-AMG GT3. Cool. Wasserdampf für echt qualmende Reifen. So startet sonst keiner. Und los geht's. Mit Driftfunktion in jede Kurve. Wahnsinn überholen. Mit Licht und Sound wie beim Original. Gewonnen. Der Sieger lässt es qualmen. Mit dem ferngesteuerten Mercedes-AMG GT3 von Dicky Toys. Von Disney Pixar Cars 3. Hier kommen Lightning McQueen, Cruz Ramirez und Jackson Storm. Die neue Generation Turbo Racer. Mit Vollgas durch jede Kurve. Und über jedes Hindernis. Das ist Rennspaß bis ins Ziel. Die neuen Cars 3 Turbo Racer von Dicky Toys. Jetzt neu. Der Mercedes-Benz Actos LKW. Mit echtem Sound und voll coolem Licht. An- und abköppeln. Klar. Auch über die Fernsteuerung. Schnell. Die Kisten verladen. Mit dem ferngesteuerten Power-Gabelstapler. Wow. Wie bei den Großen. Ein super Team. Mercedes-Benz Actos Unklar-Gabelstapler. Von Dicky RC. Alarm. Steuerst du den Audi R8 Highway Police zum Einsatz? Vollgas durch die Straßen. Mit Blaulicht und coolem Sound. Driften. Noch schneller. Überholen. Mitten durch die Stadt. Vorbeiern Baustellen und Hindernissen. Voll in die Kurve. Mehr Power geht nicht. Der neue ferngesteuerte Audi R8 Highway Police. Von Dicky RC. Feuerwehrmann Sam. Charlies Boot ist in Seenot. Alarm auf der Feuerwache. Und los geht's zum Einsatz. Mit Wallaby One auf Rettungsmission durch die Lüfte. Und hier kommen Jupiter und Venus. Und da ist auch schon Neptun. Gemeinsam bestehen sie jedes Abenteuer. Gerettet. Die Feuerwehrmann Sam. Rettungsfahrzeuge und Spielsets. Von Dicky Toys. Von Disney Pixar Cars. Hier kommt der neue Carbon Lightning McQueen. Los geht's. Und mit Vollgas in jede Kurve. Wow. Was für ein Drifting. Mit seinem Turbo Speed hängt er alle anderen ab. Achtung. Geschafft. Nichts kann ihn aufhalten. Ja. Lightning McQueen gewinnt. Der RC Carbon Lightning McQueen und die Carbon Racers. Von Dicky Toys. Dicky Toys präsentiert den Anthos von Mercedes-Benz. Mit Licht- und Original-Sound-Effekten. Mit der Hightech-Funkfernsteuerung hast du alle Funktionen im Griff. Wie Müll einladen und abtransportieren. Damit bringst du deine Spielwelt wieder richtig in Ordnung. Wow. Wie bei den Großen. Der neue Mercedes-Benz Anthos. Von Dicky Toys. Jetzt neu. Der Ultimate Lightning McQueen RC Hot Rod. Funkferngesteuert geht er in Rennposition. Los geht's. Beschleunige und mach dein Rennen. Wow. Cool. Hey. Kennst du schon Red? Die lustige Feuerwehr? Er bewegt die Augen und kann sogar mit Wasser spritzen. Cars Lightning McQueen RC Hot Rod und Red RC Fire Engine. Von Dicky. Dicky präsentiert Pro Speed. Neu. Der Exploder. Volle Power für maximalen Speed und coole Drifts. Wow. Echte Spaßgarantie. Oder bist du schon bereit für den Sandstormer? Das ist Action am Lämmel. Mit ultrapräziser Lenkung und Offroad-Federung. Fährst du den perfekten Stunt? Exploder und Sandstormer. Pro Speed. Die neue RC-Generation von Dicky. Neu. Die Avengers. Verbünde dich mit den mächtigsten Superhelden der Welt im Kampf gegen das Böse. Mit den Spezialfahrzeugen erreichst du Iron Mans Top Speed. Oder du erhältst die Stärke des Hulk. Aktiviere deinen Smash Booster für noch mehr Power. Bist du bereit für den megacoolen Monster My Rights? Neu. Avengers Fahrzeuge von Majorette. Wow. Hier kommen die ersten funkferngesteuerten Flugzeuge. Die fahren. Hier kommen Dusty und seine Freunde aus dem Disney-Kinofilm Planes. Mit dabei sind auch der lustige Elch Supercarpura und der schnelle Ripslinger. Und für die Großen, da gibt's natürlich den echt fliegenden RC Dusty. RC Driving Planes und RC Flying Dusty von Dicky. Neu. Spider-Man Cybercycle und Web-Twister. Beide Funktarngesteuert und vollgepackt mit Action. Achtung, Hindernis. Kein Problem für den Twister. Schaffst du einen U-Turn mit dem Spider-Man Cybercycle? Wow. Cool. Nur noch ein Sprung und dein Gegner ist erledigt. Amazing Spider-Man Cybercycle und Web-Twister von Majorette. Jetzt überall, wo es Spielzeug gibt. Wow. Jetzt kommt das megacoole Amazing Spider-Man Showdown Trackset von Majorette. Wähle dein Fahrzeug. Starte die Motoren. Abschuss. Und ab geht's in den Looping. Schaffst du es, deinen Gegner aus der Bahn zu katapultieren? Achtung, Kreuzung. Und Crash. Geschafft. Coole Action mit dem Amazing Spider-Man Showdown Trackset von Majorette. Neu. Disney Pixar's Cars Mac Truck. Jetzt kommt er zu dir. Übernimm die Kontrolle und bring ihn zur Rennstrecke. Los. Kuppel den Anhänger ab. Und jetzt wieder ankuppeln. Wow. Sogar zum Öffnen. Hey, da ist Lightning McQueen und schon geht das Rennen los. Achtung, da kommt Francesco. Drück den Turbo. Ja. Du hast gewonnen und Hook gratuliert. Cars RC-Fahrzeuge von Dickie. Neu. Disney Pixar's Cars 2. Der funkferngesteuerte RC Lightning McQueen. Die Motoren vibrieren. Licht an und Vollgas. Bremsen, Racing Sounds und noch mehr Speed. Du liegst vorn. Steuere deinen RC Lightning McQueen zum Sieg. Wow. Der Gewinner-Donut. Cars 2 RC Lightning McQueen. Natürlich von Dickie. Neu. Disney Pixar's Cars 2. Funkferngesteuerte Fahrzeuge. Hook und Finn McMissile sind auf der Flucht vor üblen Schurken. Lade die Geheimwaffen. Und Feuer. Es sind zu viele. Verschwinden wir. Zünde die Raketen mit der Funkfernbedienung und Heizelitverfolgern ein. Cars 2 RC Finn McMissile und Mission Hook. Natürlich von Dickie. Du träumst bestimmt davon einmal mit Mamas und Papas Auto zu fahren. Jetzt wird es Wirklichkeit. Hier kommt der neue funkferngesteuerte Opel Adam von Dickie Toys. So cool wie das echte Vorbild und schon für Kinder ab zwei. Denn mit der neuen, einzigartigen Steuerung am Lenkrad gehen schon die kleinsten. Kinder leicht auf erste große Entdeckungsreise. Opel Adam von Dickie Toys. Und jetzt du. Drive to the Limit. From Dickie. Hier kommt die sprachgesteuerte Drohne von Dickie Toys. Start. Alles hört auf dein Kommando. Vorwärts. Hightech, das dir aufs Wort gehorcht. Recht. Atemberaubende Stanz und Flugakrobatik der nächsten Generation. Die Voice Control Drone und der 3D Quadcopter mit Kamera und Smartphone View in der VR Brille von Dickie Toys. Die Voice Control Drone und der 4D Quadcopter mit Kamera und Smartphone View in der VRRM-TDF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-D Bis zum nächsten Mal. Find the one that fits yours at AutoTrader. See Disney Pixar's Cars 3, June 16th in 3D. Oh, Lightning McQueen's falling behind. Uh-oh, Frank scooped up Lightning. He changed color in cold water. Awesome! Look out, Mater, Frank's coming. Mater's going in. Gotcha, he turned green. Frank keeps chasing him down until he color changes every car in town. Lightning got caught up in a warm water change. His racing colors are back. Ka-chow! You can roll into color change fun with Chase and James Frank. Comes with Lightning McQueen. Other cars he sold separately. State with Matt McQueen. All right. We'll have the latest. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017